Wir lassen uns nicht so lange warten, ich fahre Schwupp. Was? Nein, das haben wir ja. Das ist ziemlich lange da. Achso. 9-0. Ah, schön, der so geistig ist. Der muss alles errettet, der muss alles errettet. Sprechen, sprechen! Sprechen, sprechen! Mach das nicht mit, nein? Das wird alles gut angreifen, wir werden weiter. Jetzt aber. Ja! Ja, 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 ja. Ich schieße es so durch. Tschüss! Sie haben es geschafft, wir haben hier durch. Ich freue mich, dass ich so rausgespiele. Das geht doch. Regulär, ne? Jetzt hopp! Das war wirklich, Manuel. Das war aber echt riskant. Vielleicht im Bereich 4K-Rennen gehen. Oh, wir haben viel Speichert. Die Speicherkarte kostet ja nichts mehr. Zack! Boah, wie sitzt das denn da drin, ha? Oh, da fährt er sich auch. Wie wäre das 1-0 gemacht? Ja, schön, boah. Ja? Ja, das hält ja hoch. Tor. Boah, 2! Ey, der schießt 2-mal aus derselbe Position in derselbe Tor. Ist das Hammer, oder? Oh! Schön, wie er Sommer ist. Der kann immer nur aus der Drittreihe schießen. Ich kotze, du tustes Sohn. Frode, da wird er das genau so sagen. Weil du auch nur ein Kunde bist. Wenn überhaupt, ich bin ja kein Kunde. Jawoll, sauber. Das ist doch der Rummenigge. Verwechselt. Scheiße, aber kein Null. Das andere Sportartobot. Die Rätschen ist hier unglaublich gut. Wir sind gleich hier im Achter. Jetzt sind sie immer noch getrunken. Hälfter. Jawoll. Dann lassen wir den Fahrer fahren. Ja, berg hoch, berg runter. Wie soll ich den Berg runterkommen? Eine Rolle lassen. Runter gehts, runter gehts. Jawoll. Wie sehen wir das jetzt? 13. Ja, straff 13. 12. Ja, 12. 12. 12. 12. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 16. Vielen Dank.